www.perl.tv Man möchte sich am liebsten direkt nackt in sein Auto reinsetzen, aber das ist ja verboten, das dürfen wir ja nicht. Deshalb am besten jetzt hier zugreifen bei unseren neuen Produkten, denn da hat man einen Ventilator noch zusätzlich mit an Bord. Das ist ja herrlich, das fühlt sich so richtig anerfrischend, als ob man im Cabrio unterwegs ist. Als ob man im Cabrio unterwegs ist, liebe Zuschauer. Geniale Erweiterung jetzt für Ihr Auto. Und Sie sehen es hier, es geht um Ventilatoren. Wir hyperventilieren quasi jetzt in dieser Sendung, weil wir haben drei verschiedene Varianten. Und hier sehen Sie hier die Single-Variante. Und das ist natürlich hier für den 12-Volt-Anschluss im Auto. Und eine ideale Erweiterung. Natürlich jetzt zum Beispiel, wenn Ihr Fahrzeug keine Klimaanlage hat oder Sie aber die Klimaanlage ungern nutzen, weil viele Menschen haben ja tatsächlich Probleme damit, werden leicht krank. Vielleicht geht Ihnen das ja auch so. Dann nutzen Sie hier die Möglichkeit, so einen Ventilator zusätzlich anzubringen. Den kann man dann eben auch wirklich auf sich einstellen, so wie man es braucht. Und dann hat man einfach diese tolle Luftumwälzung. Wir haben zwei Stufen. Befestigt wird der Ventilator übrigens hier mit so wunderbaren Klebepads. Die sind auch wirklich sehr sicher. Und das Schöne ist eben an dem Ventilator, man kann den genau dort positionieren, wo man ihn braucht. Schauen Sie hier, ich habe ihn jetzt mal nicht festgemacht, sodass man wirklich auch nochmal hier den abnehmen kann und sehen kann, dass man den einstellen kann. Übrigens, einstellen, Cati, ist natürlich auch eine wunderbare Angelegenheit. Ich nehme den mal hoch. Hier, 360 Grad. Und schauen Sie, auch das ist möglich. Also hier hat man wirklich auch jede Freiheit, das auf seine eigenen Bedürfnisse einzustellen. Wunderbare Angelegenheit. Und man muss natürlich den Preis auch nochmal hier sagen. Ja, für 9,45 Euro. Also ich meine, bei 9,45 Euro stellt man das zusätzlich mit in sein Auto. Alleine, also ich meine, ich habe eine Klimaanlage in meinem Auto, aber ich habe jetzt noch einen Diesel. Und ehe die dann mal angeht, ehe das mal kühl wird im Auto, man steigt ja ins Auto ein, man macht das Auto an. In dem Auto sind, gerade wenn Sie auch ein schwarzes Auto, ich fahre ein schwarzes Auto und dann Diesel, das ist eine Katastrophe. Also mein Auto ist dann, wenn ich einsteige, gefühlt 100 Grad heiß. Man steigt da ein, man denkt, man kriegt so einen richtigen Hitzeschlag. Da ist das toll, wenn man zusätzlich noch so einen Ventilator mit im Auto hat, jetzt hier für 9,45 Euro, der sofort anfängt, die Luft dann auch umzuwälzen. Dass man sofort diesen Kühleffekt hat, weil das ist ja der Sofort-Effekt, der da ist. Der dann auch die heiße Luft, gerade wenn man die Fenster runter macht, mit raus transportiert. Das ist wirklich so zusätzlich einfach genial, finde ich. Und du hast es so im Nebensatz gesagt, aber es ist eine ganz, ganz wichtige Information. Und das gibt auch der Fahrzeughersteller an, wie man eine Klimaanlage bedient. Zuerst beim Einsteigen alle Fenster runter machen, Gebläse auf höchste Stufe, damit die Klimaanlage nicht gegen die heiße Luft im Auto anarbeiten muss. Mit so einem Ventilator schafft man es natürlich deutlich schneller, die Luft aus dem Auto raus zu transportieren. Und dann merken Sie auch, dann funktioniert die Klimaanlage deutlich, deutlich schneller. Also das ist im Grunde dann wirklich die perfekte Erweiterung, selbst wenn Sie eine Klimaanlage im Auto haben, diese automatischen, das funktioniert heute ja alles vollautomatisch, aber hier entlasten Sie eben tatsächlich Ihre Klimaanlage im Auto. Einfach beim Einsteigen, wenn sich das Auto aufgeheizt hat, alle Fenster runterlassen, dann hier den Ventilator anschalten, 12-Volt-Steckdose im Auto, hat jedes Auto. Und dann haben Sie erstens diese Sofortkühlung, sofort frische Brise. Und die Klimaanlage arbeitet nicht so sehr gegen die heiße Luft im Auto an. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und man spürt es sofort, man hat sofort diese tolle Abkühlung, ist sehr, sehr leistungsstark. Sie sehen das hier wahrscheinlich an meinem Haar, der pustet mich hier so toll an. Das ist so eine schöne Erfrischung einfach, die man sofort hat. Also gerade, wenn man dann auch zu zweit vielleicht im Auto sitzt. Oh, herrlich. Und das sind ja jetzt erst auf Stufe 1. Also du kannst ihn ja sogar noch hochschalten. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, jetzt legt der hier richtig los. Oh, herrlich. Das ist so eine tolle Abkühlung, die man dann bekommt. 9,45 Euro. Das muss man sich überlegen. 9,45 Euro. Dieses tolle Modell hier für Sie jetzt ganz neu bei uns hier aus dem Katalog. Jetzt für Sie schon zum TV-Sonderpreis. Exklusiv für Sie natürlich als Pearl-TV-Zuschauer. Nutzen Sie das aus. Das ist wirklich die zusätzliche Möglichkeit im Auto, für Frische zu sorgen, für gute Luft. Die NX-53, 74 und die 569 ist Ihre Bestellnummer. Und wir haben von diesem tollen Modell auch weitere Varianten, die man sich jetzt hier ins Auto holen kann. Du hast es auch gleich hier für zwei. Also das halt quasi der Fahrer und der Beifahrer erfrischt werden. Und das ist absolut genial. Also Sie sehen es optisch, ist der Ventilator an sich sehr ähnlich. Aber wir haben jetzt hier die Variante für Fahrer und Beifahrer. Und hier unser Wagen hat zum Beispiel ja auch wunderbar die Möglichkeit, den unterzubringen. Wir haben hier vorne so ein Ablageflach. Vielleicht ist es ja bei Ihnen im Auto auch so. Und dann sieht man hier, dann ist der hier wunderbar fest. Und auch hier haben wir diese tolle Einstellungsmöglichkeit. 180 Grad beidseitig, aber komplett nach oben hier kann der auch so variiert werden. Das heißt, die kühle Luft verteilt sich auch dann wunderbar im Auto. Das heißt, es ist auch hier eine Erweiterung, um einfach die Hitze schnell aus dem Auto zu bringen. Und natürlich die sofort frische. Und wenn die Klimaanlage im Auto arbeitet, kann ich eben auch hier die kühle Luft wunderbar im Auto verteilen. Ich muss ja nicht den Luftstrom direkt auf mich stellen, wenn ich das nicht möchte. Ich kann das hier auch nach oben machen und habe trotzdem aber diesen wunderbaren Kühleffekt. Beide Ventilatoren sind hier einzeln zu bedienen. Wir haben auch hier ein, zwei Stufen und das Ganze funktioniert auch hier in der doppelten Variante über den 12-Volt-Anschluss im Auto. Und auch hier sind Gläbepads dabei, um das Ganze dann hier auch sicher zu befestigen auf Ihrem Armaturenbrett. Kathi, das hier ist auch eine wunderbare Möglichkeit, jetzt beispielsweise für ein Reisemobil, für ein Wohnmobil. Wenn man da im hinteren Bereich keine Klimaanlage hat. Es gibt aber auf jeden Fall den 12-Volt-Anschluss. Das heißt, auch hier kannst du diese Ventilatoren wunderbar betreiben. Ja, da können die zusätzlich noch mit angebracht werden. Das ist überhaupt kein Problem. Also nutzen Sie unsere tollen neuen Ventilatoren für Ihr Auto. Hier für 16,10 Euro. Das ist natürlich die Möglichkeit. Und die sind so toll leistungsstark. Schauen Sie mal hier. Also die kann man wirklich perfekt dann hin und her drehen, so wie man das haben möchte. Schön einstellen natürlich auch, auf sich richten. Oh, und die machen eine tolle Erfrischung, einen tollen Wind. Das ist wirklich fantastisch. Also Sie spüren das sofort. Herrlich. 16,10 Euro der Doppelventilator hier für Sie mit der Bestellnummer NX8372 und der 569. Das ist so, so schön. Also perfekt, dass wir sowas jetzt im Programm haben, wie du sagst. Gerade für natürlich Wohnmobil, Wohnwagen oder auch vielleicht für Lkw-Fahrer oder sowas. Die haben ja auch immer eine Hitze dann da drin. Hier sehen Sie nochmal beide Bestellnummern. Das erste Modell einzeln mit der NX8374569, 9,45 Euro. Das Doppelmodell für 16,10 Euro. Mit der NX8372 und der 569. Wir empfehlen natürlich direkt das Doppelmodell. Also das ist wirklich toll. Da hat man einfach gleich viel mehr für kleinen Aufpreisen. Und man muss ja auch an seinen Beifahrer denken. Also das ist wirklich was ganz, ganz Feines. Und hier oben, da haben Sie vielleicht gesehen, da hängt auch noch einer. Was ist das denn jetzt Tolles? Du hast es schon angesprochen. Wir wollen natürlich auch an unsere Brummifahrer denken, Lkw-Fahrer. Hier haben wir jetzt den Ventilator in der 24-Volt-Variante. Das heißt hier speziell eben dann für die Elektronik von Lkw ausgerichtet. Ist natürlich auch deutlich größer, weil so ein Führerhaus, so eine Kabine hat natürlich auch eine entsprechende Größe. Das Gleiche gilt natürlich auch hier für Reisemobile, die mit einer 24-Volt-Anlage funktionieren und alle anderen Fahrzeuge, die Gleiches tun. Und hier sieht man eben auch, wir haben hier die Anbringungsmöglichkeit, dieses Mal nicht am Armaturenbrett, sondern weil so große Fahrzeuge eben so eine große Windschutzscheibe haben, kann man den eben direkt dann auch an der Scheibe befestigen. Hat immer noch den perfekten Durchblick. Auch der ist extrem leistungsstark. Und wenn Sie einen Brummi fahren oder auch einen Transporter mit 24-Volt, der eben über eine schlechte oder keine Klimatisierung verfügt, dann werden Sie sich hier wirklich drüber freuen. Und wenn Sie jemanden kennen, der sich immer beklagt, Mensch, er fährt Arbeiten tagsüber am Lkw und braucht sowas, dann einfach schnell einpacken. Hier ein tolles Geschenk. Also für speziell jetzt 24-Volt-Stecker hier beim Lkw, da hier die NX83, 73 und die 569, wenn Sie 12 Volt haben, können Sie natürlich auch die beiden anderen Modelle dann dementsprechend bestellen. Ganz neu hier bei uns unsere tollen Ventilatoren fürs Auto, für den Wohnwagen, für den Lkw. Jetzt für Sie exklusiv natürlich als Perl-TV-Zuschauer auch schon zum TV-Sonderpreis. Und da wird die Fahrt angenehm. Da hat man nicht mehr diese stickige, warme Luft im Auto, sondern direkt eine tolle Erfrischung. Ist super praktisch und jetzt dann bei Ihnen zu Hause.